Wir haben so viele Punkte, dass wir schöne Weihnachten feiern konnten, dass es uns gut ging. Ich habe nicht geträumt von irgendwelchen Szenarien, negativen. Und die Jungs auch nicht. Aber besonders euphorisch sind wir auch nicht, weil das bringt nichts. Wir sind euphorisch die Stunde nach dem Spiel, wenn wir ein Bundesligaspiel gewonnen haben. Vorher nicht. Das bringt nichts. Ich habe heute geträumt, dass ich ein Tor schieße in München für einen Sportklub. Ohne Scheiß. Heute Nacht. Mit links. Ja, Wolle. Egal. Sehen Sie, beim Pressesperrer geht es schon los.